dann können wir uns erst mal wieder porten genau und jetzt dürfen wir bestimmt wieder ein rätsel machen ja platziere die teile der rüstung richtig wieder jeweils zwei teile aus um ihre plätze zu vertauschen okay da ist der hinweis das heißt der helfen kommt auf jeden fall da schon mal hin die zwei hier so du kommst in die mitte und du kommst nach links so du kommst dahin du kommst dorthin ja dir am schien auch okay so und natürlich die beiden schienen auch noch oh gott das ist jetzt aber ein bisschen schwer zu erkennen also das kommt auf jeden fall nach links und das kommt da bestimmt hin ja ok ok schwer war das nicht jetzt was soll ich jetzt hier machen versuchen auch nicht keine ahnung aber ich kann hier immer noch was machen eigenartig ich kann ja da nur was machen aber was soll ich jetzt hier machen nein das geht nicht das geht auch nicht das können wir auch nicht nehmen das auch nicht was irgendwas stimmt hier nicht so ich konnte da was eben buch emblem okay habe ich jetzt gerade echt nicht gesehen ach das buch emblem kommt hier bestimmt hin ja auch das sieht euch hier toll aus hier vielen bücher fortgeschrittener verteidigungskampf klassische musik und symphonien technik des schwertkampfes landwirtschaft und tier sucht stick und nähe arbeiten ja toll oh gott beobachte die musiker und tippe dann in der reihenfolge auf sie in der sie gespielt haben das habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt okay 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 moment ich brauche brennstoff und feuer um die lampe anzuzünden da haben wir noch nichts davon ah anzünder ich brauche eine lichtquelle für die lampe tja haben wir auch noch nicht leider sonst können wir hier erstmal glaube ich nichts machen aber dort können wir noch was unternehmen ohne hilfsmittel komme ich hier nicht weiter was du nicht sagst ah ok ein trauriges denkmal was haben wir dann bekommen ein schwertschlüssel ah moment mal ne ich kann hier noch was machen achso hier vielleicht ja ok ich wollte gerade sagen wir müssen das vielleicht da einsetzen wo dann noch ein schwertchen muss aber falsch gedacht okay eine kerze haben wir bekommen da müssen wir hin genau so muss ne quatsch da brauchen wir einen brennbaren stopp da muss glaube ich die kerze rein genau und anzünder sie verbreitet warmes licht dabei kann ich gut lesen jo so geht's auch geheimbotschaft gib mir die flasche bei der hochzeitsfeier ich trage einen blauen umhang daran wirst du mich erkennen sprich mit niemandem sonst das hat der geist versucht zu verbergen ich muss einen blauen umhang finden ok im blauen umhang finden wir bestimmt auch noch naja jetzt können wir hier die pusteteile einsetzen jo und erstmal wieder ein schönes bimbelbild machen schön 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 ok da können wir den mond einsetzen oder auch nicht doch ähm das ist hier der kopf ok das muss da glaube ich hin jo eine feder eine feder ach hier oben ein engel einen roten rubin da der kopf von alexandra eine sonne und eine rose wie es aussieht ah das kommt hier in der mitte ach das sieht schön aus ok dann gehen wir mal hier hinein ach sieht aus wie ein ball ja könnte aus holz sein aber ich muss erst für licht sorgen hier ist es stockdunker ich brauche licht also können wir hier erstmal nichts machen doch können wir da können wir auch noch was machen ein von drei farben ach hier ist der versicherungskasten leer nicht eine sicherung toll können wir noch hier was machen ok ja das sieht man auch voll gut ne achso ok metallstück können wir hier nur was machen ouch ich habe mich geschnitten das ding ist aber auch scharf ich finde alle sicherungen einige behälter können verschoben werden ach geil okay alle sicherungen ach so sehen die aus ok da oben ist noch eine und jetzt fehlen mir noch zwei nein 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 da ist doch eine noch aber wo ist jetzt die letzte wo das ist jetzt gemeint tja das ist jetzt eine gute frage also hier oben sehe ich keine mehr also kann die ja nur irgendwo hier im unteren teil sein aber wo ich sehe hier auch keine mehr ach doch da oh god die war aber gut versteckt sicherungen yay ja dann fügen wir die mal hier hinzu und dürfen doch irgendwie ein Rätsel machen dreh die sicherung so dass sie einen geschlossenen stromkreislauf bilden ach wie toll ach so durchdrehen ok ja nicht so schwer wie das hier funkelt das finde ich cool gemacht ok das war ein einfaches Rätsel und kaum geht das Licht an verschwinden alle Geister toll aber danke dass ihr für mich jetzt Platz gemacht habt dann haben wir noch eine Farbe ein altes staubtuch damit könnte ich etwas ein oder umwickeln vielleicht das Metallstück jo und hier fehlen jetzt Klaviertassen toll improvisiertes Messer können wir das hier benutzen jo können wir da fehlt uns ein Hebel da fehlt uns ein Hebel völlig zerstört das kann man nicht benutzen glaube ich zumindest das scheint eine Art Hochzeitsmahl zu sein das Bild ist allerdings ziemlich verschmutzt ja toll können wir sonst irgendwo noch was machen nein nur hier beim Wahlsaal ok ja da fehlt uns noch so ein Gabellöffel Emblem mit einem Herzchen in der Mitte sage ich das mal jetzt so tja ok wir können immer noch was hier machen holy shit was ist da ach da ist noch eine Farbe oh hab ich jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht gesehen ich kann hier immer noch was machen ja sag sag hören nein 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 einsammeln kann ich hier auch nix ok ist schon ein bisschen eigenartig ach die Gabel natürlich sie oder